Red, Red Heroes Ja, ich, ich wollte noch oben nach dem Siegel gucken Oh Gott Weil das Dumme ist, die Flügel sind halt auch irgendwann weg Oh, 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 oh Oh Gott Komm mal da Ist hier noch was? Wird so ein geheimes Puzzle? Ne Hallo Hallo Jetzt und Stopp Ja Ja Einzelne ist ja auch, Alter Oh, ich hab genau denselben Toast Et voilà Ausgang ist schon offen Ja, da müssen wir noch einiges finden hier Das ist ein Toast Wende Toast Okay Da oben ist ein Toast Wo bin ich denn? Oh, ne, oder? Oh Oh, ne, jetzt nirg mal hin Ne, du bist oben Komm, die Toast Wer hat die Toast? Aua Ich hab' mich geschlagen Ich hab' mich geschlagen Oh Gott Ich hätte jetzt gern mal den Kristall hier Die Komma sind Toaster da oben, ey, hammergele Die Komma sind Toaster da oben, ey, hammergele Ja, das ist so geil Flying Pandarus Äh, ne, Flying Aua Flying Aua Flying Aua Äh, hier, da ist noch ne Wolle, ne? Ja Von unten, da braucht, da braucht man die Flügel Da braucht man jetzt wirklich die Ne, da kommt man ja, doch Da braucht man die Flügel Dann geh' ich jetzt schon Ich geh' noch mal welche holen Ah, du musst dann direkt da rechts Ne, ist so easy Ach, da sind, hast du welche? Ja Uuuuuh Hoho Okay, okay Das war immer noch nicht alles, ne? Ich bin soo scheiße, ich auch Dankeschön Shit, oh nein Oh Das war immer noch nicht alle? Oh nein Wie jetzt? Es fehlt einer Ja, wo soll der denn jetzt schon wieder gewesen sein? Oh Schon wieder irgendwo nen kack unsichtbaren verpennt Oh Gott Aber A ist A Läuft A ist A A ist A A ist A S S I like S S Nein Oh Lauf Du Boah, da gehst du da noch richtig Schweinerei Schweinerei Ähm, was zur Hölle ist denn? Was passiert denn da? Weiß ich nicht Da steht man Komm zurück Wir gehen zurück Geh du jetzt mal oben rum Wie weit kommst du denn jetzt alleine? Nicht so weit Ich brauche deine Hilfe nicht Bitteschön Boah What the fuck? Hier Hier Ich steh in dem Pfeil Hallo Wir haben doch kein Kristall eingesammelt Ja Echt Krass Oh Mann Oh Gott Ja wenn du ganz oben bist Dann kann man nicht mehr so schnell abspringen Äh, unten rechts Unten rechts Guck mal Unten rechts Geh ich zurück Unten rechts ist ja hundertprozentig was Ich komm nochmal zurück Ich komm mal zurück Was ist denn hier mit dem komischen Vieh los? Oh Okay ist nämlich ganz Da kannst du einen durchwerfen Einfach Werf Ah okay Ich werf dich durch Ja The respawn points ey Hoch You are a genies Der springt ja nicht doppelt Hepp hey Ooooooooh Superbonuslevel Geil Der ultrabonuslevel Fuck ich komm mich dagegen an Ah eins hab ich Es gibt aber noch welche Ist das cool Das ist so geil Komm schlag uns hoch Ne warte ja du hast mich schon wieder blockiert verpiss dich mal Junge aus dem Weg jetzt aus dem Weg ok ne weiter höher das bringt nichts was ist dein Plan bringt gar nichts geht nochmal rechts es fehlt noch einer so oben in der Mitte hier da oben und das noch wie machen wir das denn komm ich mach das mal ja mach du doch mal Blabda blabla 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 Es war knapp ich hab nicht, ich war gerade genauso hoch aber davor nicht aber wie geht das? ja wie soll das gehen? Ah! Ihr musst hören was der Typ im Hintergrund singt ey das ist Nice! Wie hast du das gemacht? Ja, einfach gesprungen, Junge. Ey, ich hab Exit gemacht. Schnell, beeil dich. Nein! Ich bin so kacke. Ich bin ins Exit. Geht, 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 geht. Ho, 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 ho. Oh mein Gott. Das hat dann eine Free-Wolle gewesen. Eine Free-Wolle, Junge. Ja, ich hab vorher hart verschissen, ey. Boah, das wäre sogar Free-Wolle und Zeit-Wolle. Wir müssen aber nochmal... Oh, guck mal, nur 10. Wir müssen ja nach dem normalen Ausgang von dem Level dann nehmen. Ja. Ja. Find some gems. Go, go, go. Go, go. Ah, jetzt verstehe ich das. Warte. Bleib da. Was denn? Was hast du verstanden? Ey, warum... Was dieser Stein bedeutet. Und was? Äh, da gehen oben diese Laser-Dinge auf. Ah, okay. Oh, hab ich mich wegslipen lassen, aber hart. Obenrum. Mann! Das Ding schießt immer genau dann, wenn ich da bin. Nein. What the fuck? Oh, mein Gott. Ja, komm. Oh, no. Lauf. Spring. Wuh. Stirb. Nein. Oh, die Dinger sind doch einfach nur nervig. Nein. Ja, aber okay, okay, ist alles gut. Hallo. Hoch, Hoch-Secret sammeln. Hoch-Secret. Oh, da ist keins. Ich war mir total sicher. Aber da ist noch ein Beamer. Siehst du den hier? Stimmt da irgendwas nicht. Hier stimmt da irgendwas nicht. Oh, da ist der Kristall, da ist der Kristall. Schön abgelenkt. Das war's. Ja. Das war's. Das war's. Das war's. Wir haben noch nicht einmal die Zeit geschafft. Stell dir mal vor, wir müssen immer die Zeit schaffen, ey. Oh, schlapp. Oh, da werden wir aber noch. Oh, well, we're on the right track now. Now, that's how it's done. Alter, der Typ ist richtig cool, ey. Eins. Oh, Gott. Guck mal, das Vieh schläft. Oh, ich hab den voll verarscht. Aber er hat mich zwar noch erwischt, aber ich hatte beide Kristalle. Okay, let's go. Bis auf das Teil drauf. Äh, ja. Ja. Vielleicht gibt's da noch was. Geh mal hoch. Nee, ne? Nee, lass mal los. Nee, lass drauf, lass drauf. Oder ich hol das mit und du bleibst auf dem Knopf stehen. Nee, bleib stehen, bleib stehen. Es fehlt noch. Es fehlt auf jeden Fall noch was. Cool. Wir haben noch keine Wolle, aber siehst du die Wolle? Nee. Und links. Ah, okay. Hast du sie? Ja. Hui. Oh, das war aber auch richtig stark. Ich weiß nicht, wie schnell wir waren, aber es war auf jeden Fall gut. Das war nicht schlecht. Das war echt nicht schlecht. Gut... 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 Noch schlimmer. Oh, ich kann mir nur zwei holen. Aber auch noch ein neues Album. Ich kann mir... Ja, ich auch. So. Oh mein Gott, jetzt kommen wir mal richtig crazy Viecher her. Ah, ein Schlurp. Oh, WTF? Ich habe einen Kiemenfisch. Oh, was habe ich denn da abgefahrenes gekriegt? WTF? Irgendwas interessantes. Ich habe einen Maisblock bekommen. Was hast du gekriegt? Ein Eisblock. Du hast mich getötet, sag mal. Hast du einen Boomerang? Ja, ist aber eigentlich auch ganz cool. Oh, oh, what? Das ist doch geil. Oh, also das ist richtig... Das tötet wieder nicht. Ja, aber der erste ist aber saukool. Ich finde das cool. Voll den Mörser, ey. Frier dich mal bitte selber ein und dann haue ich den mal einen Boomerang rein. Schauen wir sehen, was dann passiert. Oh. Muss gegen eine Wand machen. Dann klappt das, oder? Boah, Alter. Die fliegen voll unterschiedlich. Ich dachte, du zersplitterst jetzt komplett. Die Eiskanone ist echt richtig cool. Ja. Dann war's... Dann war's das erstmal wieder mit den chilligen Leveln. Ja. Und in der nächsten Folge geht's dann auf jeden Fall nochmal heiß her. Mit dem Bossfight und den nächsten Encore-Leveln. Oh, jetzt sterbe ich. Weil ich mich an meiner eigenen Luft verschluckt hab. An deiner eigenen Luft. Ja. Das ist natürlich sehr schön. Wir nehmen jetzt noch eine Runde für den Simon auf. Oh ja. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Weil ihr wisst ja sowieso schon. Genau, wenn das raus ist, dann... Ah ja. Freut euch drauf. Und wenn's euch gefallen hat, wie gesagt, Däumchen, Kommentare. Wir freuen uns immer. Und dann sagt der Simon... Hallo!